Nix ruckeln 1, 2, 3, 4 Hauen wir mal das denn So einmal brauch ich das hier und dann einmal hier von 14 So Ich find den Megasprung so geil Obwohl das Tor ist ja im Grunde schon fertig Aber ich mach das trotzdem noch So Und rein Schon raus aus dem Himmel Und rein In die normale Welt Enchanted Gravity only floats up and powered Und das bedeutet Nach einer gefühlten Woche Geben wir mal wieder Ins nestliche Gemüt Oh geil, wir haben sogar hier den Megasprung Hiiii Die Schafe Wir haben noch das, scheiße, wo steht eigentlich der Mond Hallo? Ah, da ist er Geht eigentlich gerade unter Ich find den Megasprung so geil Geil, der geht sogar gerade unter Hm, dann guck ich mal, ob ich hier vielleicht jetzt in der Nacht Das andere Tor entdecke Mal schauen Vielleicht entdecken wir es ja Ich hab's in der Nähe von Cocktailen gebaut, dass ich schon mal fest Nee, das ist Lava Schade Lava ist ja leider kein, äh, close down, ne? Kennen wir ja Also, äh, fliehen wir wieder zurück Äh, stimmt, falsche Richtungen Äh, ja, doch, das war falsche Richtungen, es ist nicht genau So, ja, wir sind gleich da Huiiii, falsche Ich find das so geil In der Nähe von diesem Tor Baue ich mir jetzt Häusli Hm, Maulichstone haben wir ein bisschen was Sentrystone hab ich auch Und Carvedstone auch Hey, da fehlt ein Ring Hey, wer hat mir den Ring geklaut? Und Mann Hey, nix leck Huiiii 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 Okay, ich probier mal den Pixel aus Komm her, waaah Haha, wie geil Hey, das ist ja zu imba What the hell Haha, haha Oh, ich kann nie da fallen gelassen Stirb Ich sag dir, stirb Mann Hm rehe Hmmm, okay, dann wollen wir jetzt mal quick sie ich habe alle Sachen Brandpfeile Na man, finde ich so geil Ok, habe ich heute Sachen zum Bauen Ich habe Skyriplank Ne, dann brauche ich nicht Also erstmal Portion Crafty Talent Wo war Martin? Doch So, dann baue ich auch eine Kiste hin Und zwar daneben So, dann baue ich noch eine Kiste Ich glaube, dass man das damit machen kann Ja, okay So, dann mache ich erstmal so weit hier rein So, haue ich so und so weit Die Eissteine auch Die Flaming Spurs und die Valküren Lanzen Bleu Gummis wird Was ist das eigentlich? Ah, ich habe... Eine Sache habe ich noch nicht Was ist das denn? Hallo Hallo Kommt nicht noch mal Musik CD dazu Da habe ich mich da vielleicht Verdutet Verdutet Definitiv noch Cape dazu Oh, das weiß ich ja Wirst du schon so ein Cape? Wisst ihr? Was man so hoch und trägt? Ja, okay Gut Ähm, guck mal Hm, Enchanted Travitate hol ich mir mal Hallo? Hier ist kein Cape Hier ist auch nur zernäht und... Hast du nicht gesehen? So, na... Na ja... Gut, dann mach ich jetzt auch noch die ganzen Bullschauern Das eigentlich noch mal leidert Das ist... Death... Aha Fountain dungeon Powerful sword That drains The health of anything Hit Oh Shake Not Protect him also Right click Will lift mobs Fast speed Very many users Moment What the hell Okay Okay, nochmal runter Bitten, gute Himmel Äh, ja Gehen dann Buch auf Was haben wir hiermit? Da vorne dann Da haben wir der Test Special Attack with Shit Lots of Mops Ja, da habe ich schon hin Made from Skyward Sticks and Ambrosium Can be placed in aether Oh, schick Ah, russ Ach, ne, gehört in das wieder Was ist das eigentlich? Von den ganzen Tasty Sweet Ach, das als Sweet heißen Flamered Gummi Sweet May contain Sweet Mmm, ja Von den dann Schuss Flaming Ares that Burn Mobs Ja, das habe ich auch schon gemerkt Hör mal sonst noch was Pixlayer Von den Very good Dagger Kills Pigs And Pixhomies in one hit Das ist ja geil Hab ich ja eigentlich auch schon gemerkt Was ist das? Ähm, found in clouds when landed on it will bounce your sky high Was hiermit? Floats upwards when powered by redstone Auch Mach ich noch Also hin platzieren Also redstone Also schon mal den Schalter Und redstone 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 Red... Ah, redstone Zack, zack, zack Warte Kommt der Ding auch wieder runter? Äh, wie heftig ist das? Wie heftig ist das? Äh, wie heftig ist das? Äh, wie heftig ist das? Hä? Hä? Hüi Haha Ich find der da für heftig Naja man Wer ist jetzt? Was kann man eigentlich daraus noch machen? Äh, anscheinend nix Pigslayer Skyl Level Level Also Ähm Weiter geht's Ich wollte mir ein Haus bauen Oh, es leckt Hui Und Hüi Ach Hüi Ich find das so irgendwie wahr Multi-Tool Find ich geil Hüi 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 Hallo Danke Ähm Ja, das blöd ist halt, dass es hier wirklich springen muss Ich glaub da beschwört doch auch der Ring genutzt, oder? Nee, irgendwie nicht. So, 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 so. So, dann bauen wir das Haus. Komm, ich schieb mir gerade schon Bock immer zu sammeln. So, so, so. Ich finde das hier so geil. das übelst hat und die tue von wegen spitzacke des multi-tool jungs und mädels und ja ich finde es einfach geil ich finde es eigentlich schade dass da kein geräusch der hypersprung hilfreich und sehr über dritte dritte scheiße und die tue keine axi mann nötig ich darauf nicht nur einer merke ich gerade die bilder sind die Bär ach, gestern haha oh, der Boden brennt scheiße hey, hier ist was zu brennen au au gestern, Kuh ich finde das irgendwie geil ich sagte, geh sterben oh nein, warum auch ok, wieder zum Portal oh wehe, du kreist mich an, du gehst eh sterben ne, das war's ja auf zum Portal hooray hui da hui jup ich finde das eigentlich so im wahr und noch mehr Holz hm, da die muss man natürlich mit einbezogen werden und so zack aha aha hm ja, so kommt man das hm so ah, zu tief ah, das war falsch gebaut hüpp ich weiß gar nicht mal wie hoch man springt nein nein nicht legen böses Minecraft und und zack zack oder oder der meister ist hier ja doch da war grad ein blitz ich ich will noch eigentlich springen man das ist eigentlich die Ecke braucht eigentlich gar nichts zu beleuchten nein 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 das ist aber wirklich mal das ist aber wirklich mal das ist aber wirklich mal der übersprung ist zwar geil aber wenn man jetzt zum beispiel baut nicht wirklich hilfreich ich wusste aber wiederum auch nicht dass das der goldbus ist hätte ich das vorher wusste dann hätte ich natürlich nicht die ganze zeit rechts gekleckt aber naja zack 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 und dann maretter Juda da hat er nachdem die 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 Mio von Schutzen am Stapel die 4 war es ja bestieh soll okay ich hab ne Tür nee Fackeln sind, Fackeln sind, die haben Brunsio-Tauschissen hier ist zwar ein geiles Schwert, aber na, ne zu jod, Leute da hält zu wenig wie kriege ich das weg? hm, ich glaub, ich krieg's weg ha, muss ich's doch aber das da reicht ja wohl ne, das zieht nicht so schick aus, Leute zack, 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 zack na, toll der kann alles wegkauen, der scheiß aber normalen Stein äh, sagt er dann sagt er ne, mach ich nicht und dann sagt er quasi ich könnte bezahlen, also mach ich nicht zack, 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 zack Amonied 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 alleiße und zack, 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 zack zack, zack na 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 naLook Fullerton, weil die Merchsteine nicht weil hämile hin hat ich meine was soll das denn Das noch was, so, jetzt hier, zack, 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 und, na, 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 so. So, äh, 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 also. Damit nicht schon oben rein schneidet. Ah, kein Holz mehr. Moment. So. Na, das ist schon der Tag. Na, draußen machen wir jetzt Holz. So, da mal Schmiedeingang. So, ähm. Da ich nicht weiß, wie man die Geräte baut, hole ich mir jetzt den Enchanter und den Inkubator. Das dahin, das dahin. Ich weiß auch noch nicht mal, was der Antrieb für die Charstyle ist. Ganz toll, ne? Oh, das ist toll. Und... Leg. Ah, zack. Sind die so geil. Was denkst du? Kann man da hoch? Ah, knapp. Na, das ist der Ring schon wieder weg. Wie ist das denn? Ah, hüp. Hm, nein. Jetzt hier unser Haus. Schick, ja. Also auf ein 5 hohes Haus kann man schon mal springen. Das ist gut. Ich brauche dazu noch fackeln. Ich brauche jetzt noch fackeln. Die muss ich mir dann leider grad cheaten. Hm, natürlich nicht allzu viele. Wir wollen hier nicht zu krass cheaten. Zack, 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 zack. Da eine, da brauch ich keine. Dann machen wir da noch mal eine, da noch mal eine. Ha, haben wir schon mal fackeln gesetzt. Hm, warte, ich guck mal. Kanten da rein. Ich weiß ja nicht mal, was man damit machen kann. Nee. Aber das nimmt mich an. Das ist schon mal richtig. Das weiß ich. Vielleicht ist das ab Rose und so. Nee, das nicht. Also hier das. Ja. Das braucht das jetzt mal 5 Jahre. Was macht der Inkubator? Äh, keine Ahnung. Ja, das braucht ja lange Zeit. Vielleicht die D-Golden-Number? Nee. Ist das schon mal so? Nee. Hm. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man alles machen kann. Tut mir leid. Hm, vielleicht den Heiligenstein. Oder Sanit. Nee. Mal gucken mal, ob ich den Sanit machen kann. Hm, nee. Haben wir eigentlich auch Gravität? Hier irgendwo. Ach ja, stimmt. was da. Ich schaue mal. Schaue mal. What the hell? Den schwebt ja einfach mal. Ach, da kriegt man einfach so. Okay. Nee, das kann man auch nicht. Ey, wie heftig ist das eigentlich? Schwebt ja auch hier? Ich denke es heißt ja nicht umsonst Gravität, ne? Kann man vielleicht haben? Nee. Ach Leute, ich weiß nicht was ich mit dem Inkubator machen kann. Schmeiß mal da z.B. schon hier rein wieder. Das auch, das auch, das auch. Äh, dann halt mal. Phönigsbogen. Äh, mein Hauswisch anstecken. Zack. Nee. Und zack, zack, zack. Also so hat man eigentlich einen kleinen Kletterpunkt. Probleme mehr. Hallo scharf. Heppa. Heppa. Und tschüss. Heppa. 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 expectations. Heppa. HeIZ du schaust doch da kommen die richtigen hülle auf da ist ein einziger baum waa